so ist in die richtung ist hoch und dann links die bergfolge steps ich ja läuft perfekt ja gg da ist noch einer der war hier evac fahrzeug ist aber nicht bei uns ich muss mich an ich muss mich an ich habe dich ich habe dich getötet ich habe dich Ich glaube ich hab den Typen gebastelt Ohne Scheiß? Ja Ja, alles klar Crack it hoch Nee, hast ihn gebastelt Ja, nice Okay, du musst deinen Rucksack jetzt finden Und dann da reingucken Was der so hat Ganz viel Shit Ich hab den gestript so gut wie es ging Ja, sehr gut schon Nice gemacht Alles klar, der hat dann noch einen Sniper mit einem Schuss Hier ist noch eine Pistole Ist eine Handjobgun Definitiv besser als eine Pistole Alles klar Guck mal, hier ist ein Höhlensystem direkt Pass mal hier rein Das ist okay Wir können uns hier verarzen Oh Oh Der anderen Hab ich da auch erwischt Aber noch nicht Ich hör hier links ein Portal oder so Egal Ich würde den anderen gerne looten Ah ja, stimmt Dann müssen wir nochmal zurück Aber pass auf jetzt Schüsse haben bestimmt Leute Angezogen Aber pass auf jetzt Also Und dann warte hier Dann gehe ich alleine Ich geb dir Deckung mit dem Typen Seine Schärfschützengewehr So Irgendwo hier hab ich den gedroppt Ja Ja Da vorne Mocke, ich bin voll Alles klar War da noch was? Ne, ne Ah, so ein Bucksack, ja Guck mal bitte wo unser Extraction-Punkt ist Dann gehen wir da hin Dann gehen wir da hin Das ist leicht zu für uns Oh Duuude Was ist denn? Ja Der Duuude ist mit ne grünen Wappier reingekommen So wie wir Aber eben halt ne Fettere Ok, ich bin aufgeroll Hast du zu reden gekommen für uns heute? Ne, da ist irgendwas anderes Was ist das? Ah ja So, ihr wer ganz in der Nähe Irgendwo in die Richtung Irgendwo in die Richtung Au Muss mal eben Stamina regeln Merk's doch, das ist viel schwerer bis jetzt Wenn du so viel Zeug trägst Wenn du so viel Zeug trägst Läufst nicht mehr so schnell Alles klar Gibst du noch einen Druck? Nice Und eingraben Stepp Oder hast du das? Ja, kann sein, dass ich das bei Was ist das? Was war das? Was war das? Was war das? Let's go and throw, baby! And we're out of here.